Hallo allerliebste Oma, jetzt kann man ein paar Bilder anschauen, auch am großen Fernseher und auch übers Internet. Und da siehst du jetzt die Tante Petra und dich und mich. Und jetzt ist es das Foto von uns drei und von der Mama und von dir und von mir, wo wir da beim Esstisch hocken. Da siehst du die Sofa, das wir immer neu beziehen haben müssen, da wo ich drauf hocke und du hockst in deinem Stuhl und die Mama ist ganz, ganz nah bei dir. Gut schaut die Mama aus, gell? Hat einen bunten Pulli an von ihren aller, aller geliebten Ifko-Pullis. Und schau mal Oma, da ist an mir und wir dann Händchen halten. Du und ich und an der Wand, da sieht man das Kreuz vom Onkel Franz. Ist ein Künstler, gell? Und die Mama ist auch neben dir oder die Petra, da sieht man bloß die Hand und Kaffee trinken, da hat es Kirche gegeben. Ich weiß gar nicht, wer die gemacht hat. Vielleicht hat die die Tante Hildi mitgebracht. Und genau, jetzt sieht man dann gleich die große Runde, wer da alles da war. Da siehst du jetzt dann so. Jetzt hat die Tante Hildi, die Frau Resch. Dann ist da die Marille und der Onkel Otto und am Sofa hockt der Onkel Stefan und dann hocke ich da und dann die. Und da hockst dann du und die Tante Petra und die Mama hat das Foto gemacht. Und da sieht man unser Wohnzimmer, so wie es früher war. Da sieht man hinten, jetzt sieht man Stefan ganz gut und Onkel Otto und Tante Hildi, die ratscht gerade mit der Frau Resch. Und der Onkel Otto ist auch da und die Mama hat alles ganz herbstlich dekoriert gehabt mit einer orangen Tischdecke und so Herbstblättern. Die hat es bei dir in Regenstauf geholt oder die habe ich, glaube ich, für sie geholt. Die hat sie so gern mögen. Das sind diese schönen, großen, ich glaube, so japanische Eichenblätter. Da sieht man jetzt die Tante Petra und dich und mich, wie wir uns beieinander zusammenkuschen. Und da sieht man aus dem Küchenfenster raus, dass er mal gemütlich beieinander guckt. Und dann haben wir einen Spaziergang ans Grab gemacht. Das war kurz vor Allerheiligen. Und da ist das Grab schön hergerichtet, da war bloß der Opa drin. Mama war ja noch bei uns dabei. Und ach, da hocken wir nochmal beieinander. Haben wir ein Gruppenfoto gemacht. Da hat die Petra ein Foto von uns eingemacht. Das ist unsere Küche, unser Esstisch und die Mama hockt bei dir dort. Alle sind wir beieinander. Schön, der Onkel Otto ist vorne, der Stefan, ich, du, Mama, Dante Hilde. Frau Resch ist ein bisschen verdeckt von der Marille. Also es war ganz ein schöner, schöner Tag da. So ein Familientreffen, gell? Und das Kreuz vom Onkel Franz ist an der Wand. Wahrscheinlich hat der Onkel Franz nicht mitkommen können, weil er wahrscheinlich was am Knie gehabt hat. Ja, und da sieht man nochmal die Kaffee-Runde. Schöne Rosen stehen da am Tisch. Wo die wohl her sind? Meinst du, die hat der Onkel Otto gebracht? Dante Hilde schaut auch so schön aus. Das willst du dir bestimmt einmal zeigen. Da wird dir die Bärdriss dann auch die Bilder ausdrucken. Dann kannst du vielleicht auch welche der Dante Hilde geben. Und Frau Resch sieht man da. Das war 2018. Also vor zwei Jahren. Ich glaube, die Tante Petra hat einen Kuchen gemacht. Da liegt nämlich auf dem Teller ein Himbeerkuchen. Das ist bestimmt Tante Petras berühmte Windbeuteltorte. Und da ist das allerschönste Foto von uns drei. Geil. So gut schaut die Mama aus. Und du auch, liebe Oma. Ich hab dich unendlich lieb.